Flieg mal in das Land, das den Wodka erfunden hat. Also habe ich nach dem Ursprung gegoogelt und war echt ein bisschen überrascht. Auf dem Weg zum Flughafen war ich so spät dran, dass ich meinen Koffer im Zug lassen musste. Ich habe meinen ersten Zug verpasst, sodass ich mit diesem hier erst 15 Minuten vor Boarding am Flughafen ankommen würde. Also habe ich alle Pullis und Jacken im Zug angezogen und den Rest in meinen Rucksack gestopft. Dann habe ich online eingecheckt und bin direkt bei Ankunft nur mit Handgepäck zum Sicherheitschecken gesprintet, der Gott sei Dank extrem leer war. All das habe ich nicht mitgefilmt, weil ich echt so im Stress war. Am Ende bin ich aber tatsächlich mit viel Glück noch pünktlich zum Boarding gekommen, konnte noch eine Cola trinken und mitfliegen. Der Flug dauerte zweieinhalb Stunden und in der Stadt habe ich mir erstmal diese Süßigkeiten geholt. Ich bin gerade in Warschau, Polen und hier wurde die erste Wodkaflasche hergestellt.